Die Vorfreude auf die neue Version des Landwirtschaftssimulator 22 steigt. Noch nie hat uns Giant Software mit dem Nachfolger so lange warten lassen, denn aus dem Turnus von zwei Jahren wurden drei. Bereits Anfang September hatten wir die Chance, in den heiligen Hallen von Giants die Preview-Version anspielen und verschiedene Neuerungen im Spiel testen zu dürfen. Oft sind es nur Detailverbesserungen, die aber einen großen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. Wie auch in den vorherigen Ausgaben steht eine bunte Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung. Laut Giants sollen es über 400 Fahrzeuge sein. Darunter befinden sich die modernsten Ackergiganten, tolle Youngtimer, aber auch Eigenkreationen. Neben Detailverbesserungen an den Maschinen gibt es überarbeitete Partikel- und Soundeffekte. Außerdem hat man nun die Möglichkeit, Traktoren mit Schaltgetriebe auch selbst schalten zu müssen. Dabei ähnelt die Bedienung einem Full-Power-Shift-Getriebe. Per Tastendruck schaltet man hoch und runter. Abwürgen kann man den Schlepper bei falscher Gangwahl aber nicht. Für den LS22 halten drei weitere Bearbeitungsmethoden Einzug. Neben Mulchen und Ackerwalzen kommen Maschinen zum Steine-Sammeln in die Garage des Händlers. Zudem gibt es zwei neue Maps, eine davon mit Frankreich-Feeling. Damit hat das Spiel drei Karten zu bieten. Passend zum mediterranen Look ziehen zwei neue Früchte ein, Trauben und Oliven. Hirse ist eine weitere neue Frucht. Einhergehend mit den Trauben gibt es einen Vollernter von Braut und entsprechende Pflegemaschinen für Schmalspurschlepper. Ein tolles neues Feature ist die Möglichkeit für den Landwirt, seine Ernte weiter zu veredeln, um so an der Wertschöpfung mitzuverdienen. Trauben kann man zum Beispiel in der Fabrik zu Traubensaft oder Rosinen weiterverarbeiten und diese anschließend an den Supermarkt verkaufen. Auch die Milch kann die Produktionsketten entlanglaufen und der virtuelle Landwirt kann sich so etwas dazu verdienen. Der Spieler kann die Einstellungen entsprechend seinen Bedürfnissen vornehmen. So ist es möglich, den Saisonkalender zu deaktivieren, wenn das ganze Jahr über geerntet werden soll. Apropos Saisonkalender. Seasons gibt es nun von Beginn an und muss nicht mehr als Mod hinzugefügt werden. Wer in seinem Farmhaus übernachtet, springt einen Monat nach vorne. So kann man gewisse Prozesse beschleunigen. Was uns nach wie vor nicht gefällt, sind die ordentlich rechteckig angelegten Felder. Für die US-Map mag das realistisch sein, aber mit der Landwirtschaft in Europa hat das nichts zu tun. Bis zum Verkaufsstart am 22. November wird es wohl noch Anpassungen an der KI geben. Bisher läuft der Autoverkehr auf den Straßen realistischer als vorher. Fair ist wie immer der Preis. Hol dir jetzt den Landwirtschaftssimulator 22 im Paket mit der Traction.